Schön, dich zu sehen, Kapitän! Das haben wir erledigt. Da muss ich bloß abgeben. Nein, der blinde König, Maritim, beglichene Schuld. Ein Sklave berichtet, ja, die wollte ich machen. Ah, inzwischen singen sie auch. Da, genau. Oh. Oh, hier waren wir noch nicht. Hier werden wir auch noch hinreisen. Anschließend. Was für eine schöne Stadt. Ja, auf jeden Fall. Hier kann man auch ankern. Auf jeden Fall. Aber jetzt erledigen wir erst mal das. Der ist schon weiter weg. Der ist schon weiter weg. Ich, warte mal, hatte ich hier bei dem Schiff eigentlich noch was verbessert? Den Pfeilschalen hier, das kann ich immer noch nicht. Mir fehlt einfach Metall. Bogen guckt, hier fehlen mir Fälle. Ich könnte das hier, äh, nee, das könnte ich verbessern. Drücke oder halte rechten Trigger, um zu werfen. Hm. Was ist das? Ist das Beute? Sehr schön. Da hinten ist es. Die pirschen uns mal ran. Und dann. Wow, hier sind ja aber ordentliche Wellen. Ich würde mal gerne, wirklich gerne wissen, wie die gerudert haben. Äh, gesteuert haben. Nein, ich habe mich vertan. So schnell es geht! Wen greift ihr an? Ach, die bekämpfen sich. Doch. Das war ein Spezialauftrag. Und sie singen fröhlich dabei. Scheiße. So, guckt mal. Wir haben die Karte. Ich denke mal, hier können wir jetzt wieder hin zurück. Und dann deckt der Tod. Und die Steuern, das ist aber neu. Der ist hier gar nicht. Wir haben es ihm aber versprochen. Das ist der Steinbruch? Welchen Hafen, welche Stadt haben wir denn hier gesehen? Jetzt ist da auch noch ein unentdeckter Ort. Ich gehe kaputt. Aber ich kann ja so rum, rumspaddeln. Oh, 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 oh. Batsch. Das ist der Steinbruch. Die Stadt ist da gar nicht zu sehen. Auf der Karte. Wartet mal. Ich habe doch hier eine schöne Stadt gesehen. Oder war das hier? Der Tod und die Steuern. Naja, wir checken das ab. Wir checken das ab. Da muss ich sowieso hin. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich würde dann nachher zum Schluss noch ganz gern... Also, ich war in der Pause. Das muss ich jetzt ganz kurz erzählen. Wir haben ja hier diese speziellen Inseln. Nein, nein, Andros. Hier können wir unseren... Hier ist eine uralte Schmiede. Da können wir ja unser Dings. Und dachte ich, hier haben wir das gleiche Zeichen. Ich gucke mir das mal an. Vergessene Insel. Angriff. 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 Oh, das macht mich verrückt. Was ist das hier? Da ist eine Höhle! Oh, der Sango macht ein Tor. Atem-Mission-Grab. Ich sollte auch mal langsam aufhören. Antike Stele finden. Aha. Da ist die olle Hirschkuh. Die ist doch schon tot. Dachte ich. Da ist die Stele. Gut. Ah. Oh. Die hören die bis. Macht die jetzt auch kein Licht, die Fackel? Muss ich jetzt schon wieder... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Aha. Die Fackel bremmt ohne Flamme! So was kennen wir hier, ja? Der hat's fast geschafft hier rein. Hier geht es runter. Hier geht es runter. Ah, scheiße! Ich hab die Schlange gesehen. Sie tot, ja. Fehlt noch, dass du... ...brennst. Ach, da! Da macht aber eine Luft... ...äh, Wind. Hier. Da ist der Schatz. Ja! Oh! Burn, Baby! Die ist ganz schön groß. Aber das ist nur... Ach, warte mal. Ah, sag ich doch. Geh doch aus der Ecke raus! Wir müssen hier wieder was... ...wegschieben. Das werden wir aber nur von dort können. Ja. So, dann gucken wir mal weiter. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nur tiefer. Oh! Hm. Vielleicht komm ich ja dann irgendwie noch hoch. Ist ein bisschen irritierend mit der Fackel, aber... ...üboll. Wir haben ja Licht. Da flattert eben der Rock. Das Röckchen. Hier ist ein Riesenloch. Ach, Mann, ey. Hier. Weg mich. Ah, como vacía es. Oh super Ich habe ja richtig was hier sehen Jetzt kommen wir aber zu der einen Schatztruhe Würde ich sagen So Oh, nicht schlecht Das hilft wirtschaften Sind alle Schlangen tot? Ich hoffe Das ist natürlich auch gut Dass ich nicht alles einzeln abkrabbeln muss Da ist noch eine Sondern Dass man alle Schlangen lootet So, dann habe ich meinen Söldnergürtel Ich will ja auch die Punkte kriegen Aber die olle Stele, die habe ich noch nicht Halt Mir fällt gerade was ein Ich wollte mal gucken, ob hier irgendwo Ne, das ist noch ein anderer Aber Die ist noch da Da ist auch die Stele Was ist hier unten? Kann das nicht glauben eigentlich Skorpione Lasst euch immer was Neues einfallen Ja, ich glaube die tun mir nix Ich muss wohl in das Loch Ich kann ja noch mal Alles in Ruhe abgehen Aber es sieht so aus War klar War klar Dann gehen wir mal in diesen Raum rein Auch ein langer Gang Laut der Seile Oh, schon wieder Ich glaube, ich erkunde erst mal Die anderen Gänge Bevor ich da abtauche Oh So, wenn dann da noch welche sind Hier Was ist das? Diesmal nix hinter versteckt Und hier sind wir gekommen Das ist der einzige Gang Halt Ne, hier war ich noch nicht Können übrigens auch Schlangen drin sein Hier, das ist eine Falle So Der Raum Die lebt noch, ne? Gut Okay Mir bleibt da nur Oh Der Raum, wo ich jetzt Einspringen muss Und der Wasser hier ging Wo ist es hier Wo es hier ins Wasser ging Ich drücke B Wir tauchen erst mal auf Aha Sag ich doch Wo ist mein Cursor? Da Ah, nun geh doch beiseite Und bleib nicht stehen Und warte Dass das wieder Schön auszusehen hat Mann Ey Da hinten liegt eine Ich seh nix Hallo Oh, Spiel Da ist sie Du sollst Die kann ich nicht nehmen Ah, hier sind noch Krüge Drachmen Oh Nein Aha Hallo Hallo, wo bin ich? Da Wo sind jetzt die Schätze? Die sind jetzt eine Etage höher Ne, das ist ein anderer Raum Ach, jetzt können wir eine Treppe hochgehen Halt Das ist immer ein gutes Indiz Dass ich hier schon war Wenn ich die Feuerschale angemacht habe Irgendwann bei Minecraft immer Auf einer Seite die Fackeln macht Weiß man Von dort ist man gekommen Wenn man zurück geht Müssen sie nämlich auf der anderen Seite sein In Höhen In Höhen Keine Schlangen Okay Hier müsste irgendwo noch so ein Regal stehen Da ist noch was So Eingesammelt Ich sehe die Tafel schon natürlich Hier ist das Regal Was ich meine Der Weg ist versperrt So Da kommen wir durch Was er da macht Er putzt die Tafel Und dann ist gut Und dann wurde er erleuchtet So Und wie kommen wir jetzt hier wieder Von Na Und dann noch was Ja Ein Käse Ein Ziegenkäse Aha Und hier kommen wir wieder raus Leck mich Jawohl Oh Freunde Oh Freunde Ich liebe euch So Das ist mein Schiff Das sieht so anders aus Das sieht so anders aus Oh so als Windschutz und Geil So wir hatten Wir hatten Ich werde mal noch Ich werde jetzt mal Ich mache jetzt Feierabend oder Schaffen wir das noch Ach jetzt ist es auch egal Ich habe schon so viele lange Folgen gemacht Da kommt es auf eine auch nicht mehr drauf an Wie gesagt Ich würde mich Frage mich Wie die hier steuern können Auch wenn sie eine Weile brauchen Um zu drehen Aber Es geht So jetzt kommt hier erst der Steinbruch Das kann natürlich in dem Bereich sein Der Insel Die wir noch nicht aufgedeckt haben Hier ist der Steinbruch Hier war ich Hier wollte ich mich Entschützen Aber das ist mir nicht so gut gelungen Aus Gründen Wir bauen die Marmor ab Für ihre Bauwerke Oh ja Es ist auch spät genug Ich sollte wieder Ich sollte ins Bett kriechen Ich will keinen Stress Das Treibgut könnte nützlich sein Treibgut ist immer nützlich Da wollen wir hin Wir suchen den Tempel der Aphrodite Stopp Ach hier Aha Doch Beim nächsten Mal So Äh Genau Und sowas von Lagerhaus von Chalkis Das ist schön Hier gibt es auch noch einen Aussichtspunkt So Eine große Stadt auf der Insel Aber sonst haben die hier auch nur Armeestützpunkte Hier ist ein unentdeckter Anführer Oh ja Hier kann ich mich nächstes Mal richtig schön beschäftigen Hier ist noch was Aber dann müsste ich eigentlich hier alles haben Die sind jetzt nur noch in diesem Bereich Ne Dann ist die Insel fertig Die ist jetzt blau Die war vorher rot Was richte ich hier bloß an Ich verschiebe die Kräfte Makedonien Zum Schluss ist von Dings nichts mehr übrig Ne Wenn das blau ist Das gefällt mir nicht Dann muss ich mich hier kümmern Einfallende Armee aus dem Staat Makedonien Eroberungsschlachten Herausforderung schwer Schließe dich Und hier Normal Oh das kriegen wir dann hin Das machen wir dann auch noch Na gut Freunde Boah Der alte Mann ist jetzt wirklich müde Und macht Feierabend Für heute Für diese Aufnahmesession Da gibt es die Aufgabe Ich danke mal fürs Zuschauen Und dann bis morgen Tschüss